Auf jeden Fall nicht mehr an die Bank rankommen. Achso, stimmt. Wer sicher bauen will oder AFK bauen will, der sollte in den Keller gehen. Aber der kommt halt erst wieder raus, wenn das Kieb fertig ist. Will der jetzt nicht unbedingt runter. Dann, äh, Werner... Genau, nee, du nicht. Du sowieso nicht. Werner runter, die anderen stehen eh schon unten. Ich hab noch ein Stick, äh, Zeug. Ja, gib's mir, gib's mir. Ich muss nur kurz aus der Bank holen. Ja, nee, dann passt schon. So, hier ist ja ein Gate. Ach, lol. Wahnsinn. Entschuldigung, dass ich mich hier noch nicht so hart auskenne. Ja, und den Alert Tower hier, den brauchen wir ja auch nicht, oder? Ich weiß nicht, ein Alert Tower ist halt nie schlecht. Ja, die Sentinel drin kostet auf jeden Fall. Was, der? Die Sentinel kostet pp. Ja, den können wir schon raushauen. Ja, jetzt grad nicht, aber... Den kannst du im Augenblick stehen lassen. Ja, ja. Falls irgendwelche Roten vorbeikommen oder so. Ja. Während des Bauens. Okay, Huckle, gib mir gleich nochmal ne Axt und dann komm ich mit dem... Ja, alle bewegen sich hier im Schneckentempo, ja. Ja, das wäre da... Ja, ja. Ganz da hinten steht einer. Das bin ich. Wer ist das? Dann ist das okay. Ja, dann bauen wir die Scheiße hin, oder? Ja. MaxWolf ist online. Ich brauche nur ne Axt und dann... Und dann keller. Kellerkind. Mein Worker, gib mir mal ne Axt bitte. Ja, 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 ja. Soll ich den noch hochhellen, oder? Egal. Warnein. Warnein.